Ein Satzglied kann aus einem Wort oder aus mehreren Wörtern bestehen. Aber wie findet man diese Satzglieder? Am Ende dieses Videos kannst du angeben, wie man die Permutationsprobe einsetzt. Ein Satz hat eine komplexe Struktur. Er besteht aus Zeichen, die Wörter bilden und die wiederum zu Satzgliedern zusammengefasst werden können. Und diese Satzglieder bilden dann durch ihre Kombination den Satz. Um herauszufinden, ob eine Kombination ein Satzglied ist oder nicht, wendet man die Permutationsprobe an. Die Permutationsprobe nennt man auch Umstellprobe oder Verschiebeprobe. Wörter oder Wortgruppen, die sich zusammen an eine andere Stelle im Satz verschieben lassen, sind Satzglieder. Sehen wir uns dieses Beispiel an. Mit traurigem Blick schaute er montags aus dem Fenster. Fangen wir einmal an, Wortgruppen zu verschieben. Er schaute mit traurigem Blick montags aus dem Fenster. Montags schaute er mit traurigem Blick aus dem Fenster. Aus dem Fenster schaute er montags mit traurigem Blick. Aber wir stellen fest, dass er montags und aus dem Fenster ohne Probleme, zum Beispiel vor das konjugierte Verb, schaute, geschoben werden können. Die Sätze, die so entstanden sind, die sind immer noch grammatisch. Das heißt, jemand, der Deutsch spricht, findet diese Sätze in Ordnung. Ich habe gerade das Thema konjugiertes Verb angesprochen. Dazu wird es noch ein Video geben. Wenn es fertig ist, dann findet ihr es unten in der Infobox und ich verlinke es auch hier oben noch einmal für euch. Zurück zu unserem Beispielsatz. Wenn wir allerdings nur zum Beispiel Blick verschieben möchten, entsteht kein grammatischer Satz. Blick schaute er mit traurigem Montags aus dem Fenster. Blick ist kein Satzglied, da es nicht ohne mit und traurigem verschoben werden kann. Besonders hilfreich ist die Probe in solchen Sätzen hier. Er wartet auf den Anfang des Films. Handelt es sich bei des Films um ein Satzglied? Probieren wir einmal aus, diesen Teil zu verschieben. Des Films wartet er auf den Anfang. Nein, das ist also nicht möglich. Bei des Films handelt es sich nicht um ein Satzglied, sondern nur um ein Satzgliedteil. Was gehört noch dazu? Wahrscheinlich der gesamte Teil auf den Anfang des Films. Wenden wir einmal die Permutationsprobe an. Auf den Anfang des Films wartet er. Damit ist klar, dass auf den Anfang des Films ein Satzglied ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Permutationsprobe ist, dass der Inhalt nach dem Verschieben des Satzglieds immer noch der gleiche sein muss. Es ist schon so, dass sich der Inhalt durch das Verschieben ein wenig ändert, aber es darf keine großen inhaltlichen Abweichungen geben. Das zeige ich am besten noch einmal anhand von einem Beispiel. Wir suchen die Satzglieder im Satz. Das Gespräch mit der Mitarbeiterin bereite ich heute vor. Wir verschieben einzelne Teile des Satzes, um Satzglieder zu ermitteln. Möglich wäre also zum Beispiel Bei heute handelt es sich also eindeutig um ein Satzglied. Obwohl die Betonung in diesem veränderten Satz jetzt auf heute liegt. Es macht eben einfach einen Unterschied, ob ich sage, das Gespräch mit der Mitarbeiterin bereite ich heute vor oder heute bereite ich das Gespräch mit der Mitarbeiterin vor. Hier trägt der Satz durch die Verschiebung der Bedeutung heute nicht morgen. Das ist aber für die Permutationsprobe nicht wichtig. Trotzdem bleibt heute ein Satzglied des Satzes. Natürlich gibt es noch weitere Satzglieder in diesem Satz, aber ich komme jetzt direkt zu dem problematischen Teil. Anders ist es nämlich, wenn wir versuchen, mit der Mitarbeiterin vor das konjugierte Verb zu schieben. Mit der Mitarbeiterin bereite ich heute das Gespräch vor. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass mit der Mitarbeiterin ein Satzglied ist. Aber hier hat sich jetzt die grundlegende Bedeutung des Ausgangssatzes geändert. Heute bereite ich das Gespräch mit der Mitarbeiterin vor. Es geht um ein Gespräch, das mit der Mitarbeiterin geführt wird. Bei mit der Mitarbeiterin bereite ich heute das Gespräch vor, geht es aber darum, dass die Vorbereitung mit der Mitarbeiterin stattfindet. Das ist eine völlig andere Situation. Obwohl also die Umstellung von mit der Mitarbeiterin möglich ist, handelt es sich nicht um ein Satzglied, sondern nur um ein Satzglied Teil, da sich der Inhalt des Satzes geändert hat. Das gesamte Satzglied lautet das Gespräch mit der Mitarbeiterin. Kurz zusammengefasst, mit der Permutationsprobe kann man Satzglieder ermitteln. Man verschiebt dazu Teile des Satzes vor das konjugierte Verb. Wenn der so gebildete Satz grammatisch akzeptabel ist und sich der Inhalt bis auf die Betonung nicht geändert hat, handelt es sich bei dem verschobenen Teil um ein Satzglied. Jetzt noch ein kleiner Test, bei dem es auf Transferdenken ankommt. Wenn ihr die Grundregeln verstanden habt, dann solltet ihr auch hier in diesem Satz die Satzglieder finden können. Einen Tipp gebe ich euch, es kann auch Satzglieder innerhalb von Satzgliedern geben. Der starke Regen, der gestern während des Unwetters fiel, überflutete die Straßen. Schreibt die Antwort einfach in die Kommentare und ich werde dann dort auf eure Antworten reagieren.